Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt hier die vierte Folge für euch von meinem Tenoren Bariton Jahreskalender. Und wie ihr wisst, ist das ja jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also ich kann mir niemanden einladen, der mit mir spielt. Deswegen muss ich mit irgendjemanden spielen, mit dem ich auch offiziell spielen darf. Und wahrscheinlich kennt ihr den auch ganz gut. Ich habe nur die Hoffnung, dass er jetzt mal gleich hier rauskommt. Ah, ich komme ja schon. Spannende Musik Musik Musik